Herzogin Mekan, dieses virale Video zeigt, wie sie gegen die Royals rebellierte. In mehreren Interviews berichtete Herzogin Mekan, 41, dass sie das strenge royale Protokoll regelmäßig überforderte und auch missfiel. Und während sie bei öffentlichen Auftritten zu Beginn noch gute Miene zum bösen Spiel machte, ließ sich schon früh erahnen, dass die Amerikanerin mit den höfischen Regeln nicht so wirklich warm werden würde. Vor allem mit dem Standesgemäßen Knicksen schien Mekan ein Problem zu haben, wie sehr Herzogin Mekan, 41, von Anfang an mit ihrer royalen Rolle haderte, zeigt dieses virale Video. Vielen Dank.